Beim diesjährigen Watzmann Cup gab es auch ein Flachgau dabei zwischen den Whitehawks aus Neumarkt in den Grauen Dressen und den Oberndorf Rams, die heuer das erste Mal mitspielt. Zunächst einmal die Oberndorf Rams am Puck, die Nummer 13, das ist Daniel Schaufler. Pass, immer noch die Oberndorf Rams an der Scheibe. Jetzt wieder die Whitehawks, die den Puck verlieren und der Möglichkeit immer noch die Rams an der Scheibe. Pass, aber der Puck geht hinter dem Tor von Robert Hofbauer vorbei. Spielstand 0 zu 0, jetzt wieder einmal die Rams an der Scheibe. Stefan Lindenthal versucht es, Pass, aber zunächst abgewehrt von Robert Hofbauer. Die Rams bleiben am Puck. Pass, immer noch die Rams an der Scheibe. Heuer, wie gesagt, gleich liegen wir auf das Oberösterreich. In der Northwestern-Hockey-Liga, wir haben ja darüber berichtet. Nachschuss. Die Whitehawks verlieren die Scheibe. Jetzt wieder Kontomöglichkeit. Stefan Lindenthal versucht es. Die Nummer 55, Pass. Schuss, aber abgewehrt. Gut aufgepasst von Robert Hofbauer. Jetzt wieder Stefan Lindenthal, Pass. Abgewehrt, Pass. Aber der Puck geht vorerst nicht ins Tor. Die Nummer 80 ist Christian Dotsauer von den Whitehawks. Neuer Versuch. Wieder Stefan Lindenthal und Tor. 1 zu 0. Herrlich gemacht. Keine Chance für Robert Hofbauer, da irgendetwas zu machen. Nicht so einfach wie es vielleicht, außer auf diesen Bildern. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Immer noch die Whitehawks an der Scheibe. Aber es bringt nichts ein. Die Nummer 85, das ist Bernhard Reintinger. Von den Rams. Jetzt wieder. Kontermöglichkeit. Immer noch die Rams an der Scheibe. Gute Aktion. Pass. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Es steht 2 zu 0 durch Tore von Stefan Lindenthal und Bernhard Reintinger. Nr. 55 bzw. 85. Daniel Schaufler versucht es. Der Puck geht allerdings vorbei. Jetzt wieder die Whitehawks verlieren den Puck an Stefan Lindenthal. Pass. Gut aufgepasst. Im Nachfassen konnte sich auch Robert Hofbauer aussehen. Jetzt wieder die Rams. Pass. Die Rams versuchen es wieder. Schuss. Und dort weiterer Treffer. Herrlich gemacht. Keine Chance für Robert Hofbauer. Jetzt wieder ein Versuch. Die Rams natürlich. Hier drücken. Feld überlegen. Abgewert von Robert Hofbauer. Da bringt es nichts ein. Auch Robert Hofbauer zeigte an diesem Tag sein Können. Jetzt wieder ein neuer Versuch. Pass. Immer noch die Rams an der Scheibe. Gut aufgepasst. Und Robert Hofbauer kann den Puck aus der Gefahrenzone bringen. Die Rams bleiben allerdings am Puck. Versuchen es über die rechte Seite. Pass. Pass. Aber die Normamarkter haben aufgepasst. Jetzt wieder die Neumarkter. Gute Aktion. Aber es bringt nichts ein. Wir befinden uns in der zweiten Halbzeit. Schöne Aktion. Abgewert. Jetzt wieder. Aber es bringt auch da nichts ein. Interessante Begegnung hier. Wieder in diesem Watzmann Cup. Dann wieder ein neuer Versuch. Da oben drauf. Frames. Pass. Aber es bringt auch in diesem Fall nichts ein. Immer noch die Rams an der Scheibe. Pass. Und jetzt wieder. Gute Aktion. Aber auch da tut sich nichts mehr wirklich. Wesentliches. Wieder eine gute Aktion. Da oben drauf. Frames. Pass. Gute Aktion. Aber es bringt nichts ein. Die oben drauf. Frames entscheiden diese. Interessante Partie für sich. Hier noch einige Szenen. Von den Whitehawks Neumarkt. Nummer 80 war Christian Trotzauer. Aber letzten Endes gewinnen die Oberndorfer auch diese Begegnung ziemlich eindeutig und auch völlig verdient.